Handbuch für Lehrer, ein Kurs in Wundern, Greuthuf Verlag, Nummer 27, Was ist der Tod? Seite 66 bis 67 Der Tod ist der zentrale Traum, aus dem alle Illusionen stammen. Ist es nicht Verrücktheit, vom Leben zu denken, dass es geboren wird, altert, seine Vitalität verliert und am Ende stirbt? Wir haben diese Frage bereits gestellt, jetzt aber müssen wir sie sorgfältiger erwägen. Es ist der eine starre, unveränderbare Glaube der Welt, dass alle Dinge in ihr geboren werden, nur um zu sterben. Dies wird als der Lauf der Natur angesehen, der nicht in Frage gestellt werden kann, sondern akzeptiert werden muss als das natürliche Gesetz des Lebens. Das Zyklische, das sich Verändernde und das Unsichere, das Unzuverlässige und das Unstete, das in einer bestimmten Weise auf einem bestimmten Pfad zu- und abnimmt, das alles wird als Gottes Wille angenommen. In dieser Wahrnehmung des Universums, wie Gott es schuf, wäre es unmöglich, ihn für liebevoll zu halten. Denn wer verfügt hat, dass alle Dinge vergehen und in Staub, Enttäuschung und Verzweiflung enden, kann nur gefürchtet werden. Er hält dein kleines Leben an einem Pfaden nur in seiner Hand, bereit, ihn ohne Bedauern oder Sorge vielleicht heute schon abzureißen. Wer einen solchen Gott liebt, der weiß nicht um die Liebe, weil er verleugnet hat, dass das Leben wirklich ist. Der Tod ist zum Symbol des Lebens geworden. Seine Welt ist jetzt ein Schlachtfeld, wo der Widerspruch regiert und Gegensätze endlose Kriege führen. Wo Tod ist, ist Friede unmöglich. Der Tod ist das Symbol der Angst vor Gott. Seine Liebe wird ausgelöscht in der Idee, die sie vom Gewahrsein fernhält, wie ein Schild, der hochgehalten wird, um die Sonne zu verschleiern. Die Grimmigkeit des Symbols genügt, um zu zeigen, dass es neben Gott nicht existieren kann. Es birgt ein Bild von Gottes Sohn, in dem er in den Armen der Verwüstung zur Ruhe gelegt wird, wo Würmer warten, um ihn zu begrüßen und für eine kleine Weile durch seine Zerstörung zu überdauern. Doch sind die Würmer ebenso gewiss dazu verurteilt, zerstört zu werden. Und so leben alle Dinge aufgrund des Todes. Verschlingen ist das Lebensgesetz der Natur. Gott ist wahnsinnig und die Angst allein ist wirklich. Der sonderbare Glaube, dass es einen Teil der sterbenden Dinge gibt, der vielleicht weitergeht, getrennt von dem, was sterben wird, verkündet keinen lebenden Gott, noch stellt er irgendwelche Gründe zum Vertrauen wieder her. Wenn der Tod für irgendetwas wirklich ist, gibt es kein Leben. Der Tod leugnet das Leben. Doch wenn es Wirklichkeit im Leben gibt, dann wird der Tod geleugnet. Hierin ist kein Kompromiss möglich. Es gibt entweder einen Gott der Angst oder einen der Liebe. Die Welt versucht sich in tausend Kompromissen und wird tausend weitere versuchen. Kein einziger kann für Gottes Lehre akzeptabel sein, weil kein einziger für Gott akzeptabel sein könnte. Er hat den Tod nicht gemacht, weil er auch die Angst nicht machte. Beide sind für ihn gleichermaßen bedeutungslos. Die Wirklichkeit des Todes ist fest verwurzelt in dem Glauben, dass Gottes Sohn ein Körper ist. Und wenn Gott Körper erschaffen würde, wäre der Tod für wahr wirklich. Doch wäre Gott nicht liebevoll? Es gibt keinen Punkt, an welchem der Kontrast zwischen der Wahrnehmung der wirklichen Welt und derjenigen der Welt der Illusionen schärfer zutage tritt. Der Tod ist für wahr der Tod Gottes, wenn er Liebe ist. Und jetzt muss seine eigene Schöpfung Angst vor ihm haben. Er ist nicht Vater, sondern Zerstörer. Er ist nicht Schöpfer, sondern Rächer. Schrecklich sind seine Gedanken und furchterregend ist sein Bild. Und das letzte, das zu überwinden ist, wird der Tod sein. Ohne die Idee des Todes gibt es keine Welt. Das ist der Erlösung letztes Ziel, das Ende aller Illusionen. Und im Tod werden alle Illusionen geboren. Was kann aus dem Tod geboren werden und trotzdem Leben haben? Was hingegen wird aus Gott geboren und kann trotzdem sterben? Die Ungereimtheiten, die Kompromisse und die Rituale, die die Welt in ihren vergeblichen Versuchen fördert, sich an den Tod zu klammern und dennoch zu denken, dass Liebe wirklich sei, sind geistlose Magie, unwirksam und bedeutungslos. Gott ist und in ihm müssen alle erschaffenen Dinge ewig sein. Siehst du denn nicht, dass er sonst ein Gegenteil hätte und die Angst so wirklich wäre wie die Liebe? Lehrer Gottes, deine einzige Aufgabe könnte auf folgende Weise ausgedrückt werden. Akzeptiere keine Kompromisse, in denen der Tod eine Rolle spielt. Glaube nicht an Grausamkeit noch lass Angriff die Wahrheit vor dir verbergen. Was zu sterben scheint, ist nur fehl wahrgenommen und zur Illusion getragen worden. Jetzt wird es zu deiner Aufgabe, die Illusion zur Wahrheit tragen zu lassen. Sei standhaft nur in diesem. Lass dich nicht von der Wirklichkeit irgendeiner sich verändernden Form täuschen. Weder bewegt sich die Wahrheit noch schwankt oder sinkt sie zum Tod und zum Zerfall dahin. Und was ist das Ende des Todes? Nichts außer diesem. Die Einsicht, dass der Sohn Gottes jetzt und auf ewig schuldlos ist. Nur dies. Aber lass nicht zu, dass du vergisst, dass es nicht weniger ist als dies. Wirklichkeit Die Einsicht, was der Weile über ... Vielen Dank.